Komm! Komm! Knall dich doch ab, Mann! Knall dich doch ab, ey! Mach's gut, mein Freund! Fick mich, ey! Scheiße. Hör zu. Die haben mir ne Knarre an den Kopf gehalten und gesagt, wenn ich dir nicht sofort erzähle, für wen ich arbeite, mach nämlich kalt. Du weißt das. Du hast uns verraten. Du weißt, was mit Verriet passiert?